Dann werden wir mal gucken, was drinne ist, wa? Oh, eine Manuskriptseite. Hm. Ich müsste es hier lesen. Oh, ist ganz schön viel. Ja, 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 könnt ihr ja Pause machen. Ihr kennt das ja schon. Ah, hier kommen wir wohl nicht weiter. Nein. Aber schön. Schön, schön. Was haben wir hier? Eine Axt? Ob da noch was passiert abends? Ich wette mit euch, die wird abends dann weg sein. Und dann geht es wieder los mit dem Horror. Und mittlerweile habe ich mich richtig gut dran gewöhnt. Zack, 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 zack. Ich wollte nicht nach draußen. Die Cops mussten nach mir suchen. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog sich dahin. Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch, wie ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Der arme Alan. Und jetzt geht's los. Wo stecken Sie denn? Plan eine Rung. Sie wissen, wo der Mirror Peak ist? Das ist der große Berg nördlich von Ihnen. Folgen Sie dem Fahrt von Amina aus, dann können Sie nicht verfehlen. Dort ist ein Aussichtspunkt. Ich warte dort. Ich hab satt, herumgeschickt zu werden. Sie wollen Ihrer Frau doch leben, wie das ich. Bin ja. Achten Sie besser darauf, wie Sie mit mir sprechen. Haben wir uns verstanden? Wo muss ich denn lang? Chill. Ja, aber wohin denn? Wo muss ich denn lang? Jetzt haben wir hier wirklich die ganze Zeit gewartet? Alter, Alter. Alter. Ihr könnt mich mal. Was soll denn die Scheiße? Vielleicht näher als je zuvor. Alter. War die Tür schon vorher da? Ich könnte schwören, die Tür war vorher nicht da. Aber man kommt aber nicht durch. Was war denn das jetzt? Ach du Scheiße. Nee. Das wird ja immer schlimmer. So ein abgefuckter Scheiß. Geh doch mal. Ich weiß nicht, wo lang, Leute. Ach so. Man denkt immer auch so kompliziert. Wenn ich aufnehme, dann muss ich immer alles perfekt durchgehen. Und wenn ich so ein spiele, dann wäre mir das schon viel früher aufgefallen. Verdammt. So wäre ich gleich. Ach du Scheiße. Da liegt was. Batterien. Und eine Leuchtfange. Sehr schön. Huh. Was haben wir hier? Schruttelndenmunition und... Haben wir voll. Okay. Und da ist eine Thermosflasche noch. Werfen. Wieso kriegen wir so viele Sachen? Muss gleich was passieren. Ach Leute, ich habe Angst. Diese Schockmomente gibt es ja immer noch. Weil allgemein vor den Schatten habe ich nicht so groß Angst. Alter, wenn wir jetzt in den Keller kommen, dann drehe ich... Dann... Oh, nee. Dann gibt es Ärger. Dann gibt es Ärger im Behut. Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, wir sind jetzt draußen. Ja. Okay. Aua. Ach du Scheiße. Dann lasst mich in Ruhe. Wow, 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 wow. Ist ja geil mit den Zügen. Cool. Und da ist Licht. Was ist da? Vielleicht kommen wir da noch hin. Da haben wir auf jeden Fall genügend Munition. Also an Munition wird es uns nicht fehlen. Da. Na, komm. Ist das so ein Dicker? Boah, Leute. Ist das... Ach du Scheiße. Boah, fuck. Und noch so einer. Anstrengend. Sehr anstrengend. Vor allem, ich kann dabei nicht reden. Das geht einfach nicht, weil ich mich total auf die Viecher konzentrieren muss. Wow. Wow, das Ding... Krass. Boah, man muss sich vollkommen drauf konzentrieren. Das tut mir echt leid. Ach, nicht schlecht. Kann ich auch mehr nehmen? Ich laden mir erstmal alles nach. Der Druck steigt und die Spannung auch. Okay, das war's. Ich glaube, ich bleib noch bei der Schrotflente. Mit der fühle ich mich sicherer. Huh, aber das... Das ging jetzt einigermaßen. Wieder ein bisschen Probleme gehabt, aber das geht wieder. Das wird schon. So, was haben wir denn hier? Glendgranaten. Herrlich. Sehr schön. Ich glaube, die packe ich auch gleich mal auf die mittlere Maustaste. Und dann geht's mal weiter. Züge. Boah, das erinnert mich irgendwie ein bisschen an. Oh, wie hieß denn das Spiel? Boah, kacke. Weiß ich gerade gar nicht. Scheiße, aber vielleicht ist das einer von euch. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Kacke, Mann. Wo war denn das? Oh, ja, 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 ja. Oh. Easy peasy, alter. Boah, geil. Ich habe ganz vergessen, wo wir hin müssen nach dem Mirror Peak. Gibt es hier noch was? Was dann jetzt ist für den Harry? Eine Kleinigkeit vielleicht? Nur zum Spielen vielleicht? Nein, okay, dann nicht. Wo? Wo? Was ist das? Alter, was ist das? Hallo? Ach du Scheiße, was ist das, Mann? Aber es kommt anscheinend nicht raus. Ist das ein Tier? Ey, Menschen im Schatten sind ja schlimm genug, aber dennoch Tiere? Wie öffnen? Bist du bescheuert? Achso, ne, das ist... Ah! Hilfe! Help me! Noch eins? Holy shit! Aber ich bin auch irgendwie... Äh, egal. Das ist ärgerlich. Och nee, Kinder! Euer Ernst? Das gibt's noch nicht. Nehme ich mal die Schrotplinte. Na komm. Na komm. Boah, wie schnell die Batterien leer gehen. Na komm. Huch, das war's noch nicht. Jetzt. Jetzt wird der Waggon gleich wieder in die Luft gehen. Ne, huch. Cool. Das wollte ich nämlich mal ausprobieren, das habe ich nämlich ganz vergessen. War's das? Ja. No, 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 Position. Doch, waren da zwei? Da waren's nur noch null. Boah, wie hieß denn das Spiel? Ich weiß das gar nicht mehr. Hm. Das ist nämlich schon eine Weile her. Obwohl Alan Wake ja auch gar nicht so alt ist das Spiel. Weil das habe ich ja glaub ich sowieso schon mal erwähnt. Eieieiei, Mann. Huch. So, jetzt kommt gleich wieder das Vieh hier. Boah, und ich dachte das wäre irgendein Tier. Dabei war's bloß irgendein komisches Ding wieder. Sieht man ja auch. Gescheuert. Muss man ein bisschen besser aufpassen. So einfach geht das. Aber nein, ich muss es natürlich wieder so schwer machen. So. Hier geht's weiter. Jetzt müssen wir aber mal langsam Kontrollpunkte erreicht haben. Wenn man Kontrollpunkte nicht braucht, dann kommen die im Überfluss, alle 10 Meter. Und wenn ich mal sterbe, dann muss ich wieder ewig lange spielen, um wieder an den Punkt zu kommen. Scheuert, das regt mich auf. Wow, 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 wow. Holy shit. Okay. Ja, es ist ja sehr schön, aber wie? Hm. Hm. Fahren? Nice, Mann. Das hätte ich wieder fast nicht mitgekriegt und dann hätte ich mich wieder alleine irgendwie durchgeschlagen. So, wie fährt man denn nochmal? Ah ja, der Falltasten. Was eigentlich logisch ist. Hallo? Hallo? Keiner da? Doch, die. Hehe. Nicht zuhause nachmachen. Mann, Mann. Aber ich find's krass, dass die... Ihre Katzen da... Also wenn die ihre Katzen da halten. Dass die einfach nicht drauf gehen. Wie so eine Art Mega-Ober-Rollenspiel-Rüstung. Wenn man das so sagen kann. So, das scheint es gewesen zu sein. Und sein Ding qualmt aber schon. Und ich hab mir mal meine letzten Aufnahmen angeguckt, da hab ich irgendeine andere Taschenlampe übersehen. Und zwar eine Hochleistungstaschenlampe. Da hab ich mich im Nachhinein richtig aufgeregt. Richtig geärgert. Das war richtig kacke. Oh, Licht. Lalalalala Licht. Lalalalala Licht. Lalalalala. Und ne Leuchtpistole. Beste. Einfach Beste. weiter Yeaaah